Hallo, so der Rant geht weiter. Also warum spielen letztes so viele Spiele, die mir nicht gefallen? StarCraft 2, zumindest, die letzte Komponente ist echt lame. Letztes 2 war echt lame. Dieses Spiel ist echt lame. God of War war geil. Tony Hawk ist jetzt richtig geil. Und ich hoffe, dass das Folgeprojekt von Fickspiel hier auch geil wird von StarCraft. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was es wird, aber mir egal. So, wann Folge 7 von 7? Jetzt. Stuntman, zum Beispiel. Das hat mich nie abgefuckt. So. Fick die Scheiße. Fick Nebenmissionen. Ganz im Ernst. Ja, da muss ich hin. Äh. Ne, Dark Souls war aber nicht schlecht. Dark Souls ist ja auch schon ewig jetzt vorbei. Vor allem jetzt im zweiten Run finde ich Dark Souls richtig geil. Aber ich habe trotzdem Angst vor On-Scene und Smau. Oh, den habe ich jetzt angelangt. Tobi, Tipps? Taman, Laman, Gaiman, Gaiman, Gaiman. Gaiman! Den mag ich. Clayman. Clayface hieß der Batman-Bericht. Es hat funktioniert. Aber es ist etwas anderes. Das ist ein Initiativ-System, das zu erledigt hat. Es ist... Arc Parchero. Confirmed. Es ist die Salarian-Arche. Reading suggerichtet, es hat hier vor einigen Zeit. Und das ändert Dinge. Oh. Oh. Das ist eine Salarianische Arche. Oh, die Kameras so schnell, ich lieb's. Clayman heißt ein Album von In Flames. Keine Band. Damals. Jetzt nicht mehr. Queer Man. Ja, was auch immer. Es ist mir auch scheißegal, wie ich dabei habe. Aber ganz im Ernst, leckt mich alle am Arsch. Es ist wahr, dann. Wir haben den Salarian-Arche. Sam, tactisch. Es sieht aus, dass der Archon es kaputtet hat. Die Schuhe sind geschlossert. Was ist der Plan? Ich arbeite daran. Sam, kenne ich mich mit der Moshe. Auf der Schreie. Ryder, es ist gut, dich wiedersehen zu sehen. Wir haben das Archon-System. Es ist mehr kompliziert, als wir dachten, also ich wollte, zu erinnern, dass wir wussten, was wir suchen. Es war ein großer Remnant-Relik. Tobi-Sipsen-Scheiße. Es ist private Chamber. Es ist Sanctum, wie er es nennt. Er ist sehr stolz auf dem Relik. Riech, bis wir ihn steilen. Der Archon ist nicht zu begriffen. Der Archon ist nicht zu begriffen. Er hat keine Regarde für die Sanctität der Leben. Nicht, wie wir wissen. Be confident, Ryder. Ich sehe schon, dass der letzte YouTube-Link kommt mit den Credits. Ich verstehe. Danke für deine Hilfe, Moshe. Kann man im Menü die Credits. Ich wünsche dir gut. Okay, wir spielen das richtig. Nicht nur die Relik, wir schützen die Solariens. Ich sage, wir kommen nach dem Archon, assess die Situation, und dann schnappen wir nach dem Ketchup durch die Tether. A feasible approach. Currently, our Pechero is on standby. Only its stasis facilities are online. What about the Solariens? Unknown. You heard what the Moshe said. No telling what the Archon could do. Then we keep our eyes open. We underestimate the Archon. We're dead. Ryder. Whatever you need. Those are my people. We'll get them back. Now let's make this one count. Wir sind schon auf der Eiche, ne? So far, no unusual activity from the Ketchup ship. Let's hope it stays that way. Pathfinder. If you access a terminal, I can assess the situation. Per Krimi-Trophäe, wenn ich die Mission hier abschließe, weil wir die Archie gerettet haben. A moment. Additional data encryption has been added. That's not regulation. Did the Solariens do that? It appears so. It's a cryptography key associated with their own devices. Weiß ich jetzt gar nicht. Toll. Oh. Oh. At present. Arch Partero has arrived in the Helios Cluster. Location of Nexus is unknown. This is Captain Hager of Arch Partero. Please look for our path. Ich kann uns das skippen. Okay. We need to find them. Overriding bulkhead door. We'll see my test, ob ich Robb die Gespräche skippen kann. Also ich werde es nicht tun, aber so in general, weil ich dachte, ich muss gedrückt halten, damit mir das komplette geskippt, während man den alten Teilen dann einfach noch vier eck drücken konnte, um einzelne Passanten zu schicken, aber es geht zum Glück doch. Also, kein weiterer Zielpunkt. Hey. Das ist schon viel wert. Schreibt das. The easiest way to save everyone is to take the whole arc with us. Uh. If you say so. If the right Celerians are still on board, this might work. Not seeing any signs of a fight. Yeah. es ist nicht sehr beliebt ich wollte das komplett halt auch mal spielen ich dachte immer dass ich dass der hate eher so ein bisschen so aus naja so ein bisschen so ja weiß ich nicht ist okay aber nicht so gut wie die alten teile und vor allem weil zu release das spiel hat ziemlich verpackt war einfach so gesichtsanimation alles so komplett kaputt waren aber stellt sich heraus das spiel ist auch game design technisch echt nicht zu dolle weil es viel zu viele missionen gibt die ganze menü ist scheiße unübersichtlich sind das gameplay mit unter viel zu schwammig ist gerade so das ganze ausweich system beziehungsweise das deckungssystem ist zum kotzen sehr die charaktere sind egal ist doch egal aber eines gutes hat es dass ihr das mit der dänischen mag ich so nicht steuerung von dem wenn das auch ganz okay gab tatsächlich mass effect handy games aber sie sind so alt dass es nicht mehr gibt belastung und wenn wir noch die angezeigt jetzt What did our records say about the Solarium? He is identified as Pathfinder 7 Raker. Shit! Tschüss! A brain embolism, one in stasis. However, initiative records indicate Pathfinder Raker is female. This patient is male. What? Then who is this really? I have his DNA signature from your scan. The cater sequencer to confirm his identity. The DNA of the deceased Solarium matches colonist Jex Arlen. So they switched them, trying to hide their Pathfinder. Let's check this colonist stasis pod, see if anyone's there. I've marked the pod row. It's just like the Salarians to pull a sneaky trick like that. Niemand mag die Salarianer. Sure are a lot of pods gone. Zurecht. They have basically Corona-Aids erfunden. That Captain Hager seemed pretty worried. This isn't Jex Arlen's pod. Okay. This isn't the pod we're looking for. This is the deceased Salarians pod. Yet I detect a female Salarian inside. I think we found their Pathfinder. Let's get her out. You need to access stasis controls to revive her. Mhm. Wiederbeleben. Prrrr. Hey there. Take it slow. Die I bad dieser Welt sind, ähm, die... No, I'm fine. Solarian Stasis recovery is almost immediate. Yeah. Who are you? Sarah Ryder. Pathfinder for the human arc. Where's Alec? He... Didn't make it. Oh... Oh... This is madness. Stasis was a mistake. I should never agree to it. I miss you the Jeff. I miss Shepard. I miss Liara. I miss Gareth. I miss Rex. I miss Grunt. I miss... Fane. I miss... I miss... I miss... I miss... Morden. I miss... Caden vermisse ich nicht. Tali! Ich hab Tali vergessen. Die vermisse ich noch. So. What's bothering you? A leader leads. She doesn't go to sleep. A hostile species. An armada set upon us. Our captain saw no choice but surrender. Said we'd live to fight another day. He convinced me to hide in the general population and to dismantle my Sam so we wouldn't fall into enemy hands. But we're still in their grasp. I see. Not anymore. Well... Almost. We're heading into the Kett vessel to gather intelligence. Wake up a flight crew and ready the arc for escape. On my signal. That'll be no trouble. And then I'll work on freeing the arc. So you can focus on your objective. Do what you can. But stay quiet. We don't want to alert the enemy. Yes. Yes. Of course. I'm keying you into our comms. We'll stay in touch. Hello, Pathfinder Raker. Ah. A Sam in my head again. I'm back in the game. We'll be ready, Ryder. Tempest. We're in the Tether. We're going across to the Kett ship now. So far there are no indications they're aware of your presence. Good luck Pathfinder. Imagine that we're in the Tether. Going across to the Kett ship now. Good luck Pathfinder. Okay. We keep this quick and quiet and they'll never notice. Uh. I think they noticed. Hey. 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 So much for sneaking in what do we do now if you locate a terminal I may be able to analyze their systems Accessing the ship's systems now I have located the archons private chamber Is the archon in his quarters? That information is not accessible only the room's location What's their security situation look like? And the life was issued but I have countermanded it. The delay is only temporary Right, we need to hurry The most I said the relic would be in this chamber. Let's get there Wie lange geht die Folge? Witz und Juni I thought you were on the arch. Too many of our people are missing If we don't find them now, we never will Die haben alle vier die exakt gleiche animation Das ist schon ne Tanzchoreographie so ein bisschen, ne? Okay, die Choro, Choro Kro09, die wurde unterbrochen Choro Drogerie Der heutige Sprügel ist von der Choro Drogerie ja ich weiß sie sollen nur raus aber mehr ladetüren ballern gleich mal geschlägen war aua wer wird daneben Ich will nicht sterben. Danke. Neue Karte oder Folge, ist das eine ernst gemeine Frage? Hier geht's, schau dir die Hände und schau weiter! Wo sind wir gehen? Der Exit ist auf der tiefsten Seite des Rundes. Natürlich, es wäre! Hm. Piu. 100 Gegners? Okay, nee, was ist das denn? Ich bin so froh, dass sie in der Legendary Edition die ein bisschen anwendiger passt haben, diese Propheten, weil im Original war das ja da auch so nervig. Schau für die Leute am Top! Oh, ich krieg gerade permanent auf den Sack, fällt mir gerade mal drauf. Nicht so gut, ist nicht so gesund. Und? Oh, ich kriege gar nichts mehr. Das ist nicht gut. Sympathisch. So, das war geil. Audio Lock, das kann man sich doch mal anhören. Ich würde gerne mal wieder nach oben, aber das darf ich nicht. Ja. Danke! Hey! Hey, hey, hey! Hier wurden noch Gegner. Ja, danke. Ich hab viel dazu beigetragen. Du bist noch auf dem Kurs. Bis zum Archons-Chamber. Ich hoffe, dass... Das Relic ist was die Moshe gesagt hat. So halb. Ich meine, ich weiß deine Antwort. Weiß meine. Aber. Ich komm durch jetzt hier im Ski. Das sagt original Platin. Wir haben uns kuschelweich. Message. Gute Ankündigung. Ich will nach Hause. du meinen eltern an weihnachten aber ich darf nicht ist mir so scheißegal dass ich an weihnachten nicht zu hause bin ich weiß nicht irgendwann vielleicht mal ich will sport immer mal spielen gib mir ein buchstaben okay wir spielen jetzt geigenmännchen ja dann fangen wir mit e an ich habe mir gekauft ich ja genau dann kaufe ich wobei stimmt wir sind eigentlich abwechselnd dran erstmal tobi weder ein a noch ein i drin das ist interessant interessanter dass die brasse 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 er lebt noch jetzt nicht mehr Hehehe Uaaahhhh Aaaaaahhhh dann halt so ne war es doch einfach spaß gegen da so rum zu ballern ich habe was spaßiges im spiel gefahren ich bin stolz auf mich wieder ein videospiel ich nehme ein richtig geil ich sterbe meine grüte nämlich ein t wie tobias potato natürlich ich treffe ich den mit schild meine oma ist du dumm toby Ich nehme ein B, wie Boulevard of Broken Dreams. Ich bin so wie viel ein gutes Spiel. Ich bin nur so ein Kacke, deswegen darf ich. Ich bin nur so ein Kacke. Natürlich geht die wieder daneben. Das ist das? Wir sind in den Kacke. Es ist eine Schuss-Kreuzung in der Schuss-Batterie. Vergesse ich bin hier auch. Guck mal wieder an, Tobi. Mein B war Bullshit. Boah, ich hasse Videospiele. Wie Uwu. Dann nehme ich ein Kacke. Die Kacken, Komma, richtig geil. Hilf mir. Wir benefited mieten bei uns, wie du es mitnimmst. Wir werden Überlauchern verbringen. Geh sie weg. Das ist ein Krad ist schon her. Ja, das ist der Krad hat er schon genannt. Stimmt. Oh, ich bin tot wieder. Boah, jetzt habe ich wie schon diesen K frank schaffen für heute. Leck mich doch am Sack schon wieder hier. ja Ich würde gerne nur mal nachdenken, was das Wort sein könnte, aber ich muss gerade kämpfen. E-on, E-on, Leon, hot. Okay. Ich möchte lösen, Leon, hot. Wieso rechne ich denn, damit das ein echtes Wort daraus kommt? Das war keine Combo mehr. Ach, die sind auch gesprungen. Okay, nevermind. Ich dachte, wer hochgeflogen von mir. Oh. Was für den 11 o'clock? Was? Oi, Hilfe! 17 Bits, Alter. Fürs Lösen. Geil! 20-20 Bitschi. Danke 17 Cent. Sind mir mehr wert als 18 Cent auf jeden Fall. Auch mehr als 19, weiß ich noch nicht. Und 2 Cent kann man sicher schon was was kaufen. Ficken, Arschloch, Hurensohn, ich hatte deine Mutter schon. Bitte schild wieder herstellen, weil ich bin gerade gar nicht... Das ist wieder so ein Wichser in so einem Wichsteil. Oh, ich will nicht mehr. Okay, wirklich. Ich bin jetzt gerade umgestellt. Alles klärchen. Hab ich verstanden. Das ist eine Gameplay-Option im Spielen. Boah, ist das strange. Was soll das denn? Warum ist wieder so ein beschissener Kack-Wichser da dran? Oh, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Wirklich. Ich will zu hart nicht mehr. Oh, ich glaube sein Ding ist kaputt, oder? Also so komplett. Er ist hinter mir. Boah, warum sind die Kämpfe, die sind so komplett scheiße. So komplett kacke. Alter, nee, ey. Geh mir weg mit dem Scheiß. Wirklich. Ganz, ganz furchtbar. Ja. Natürlich ist die Rüstung direkt komplett weg. Alter, das was vorhin so ein komplett kaputter Boss war, ist jetzt ein Standardgegner. Alter, ich habe so keine Lust mehr. Alter. Ist das scheiße. Warum? Bro. Bio Bro. Bro, where? ja ich will nicht mehr so die penispumpe ist weg boah junge das sind so ohne bullet sponges leckt mich am arsch also wir können sich gerne noch weiter spielen aber ich wollte den stream beenden also okay wo muss ich rein da treten wir noch mal kurz die tür wenn der drei katzen kommen cool wenn ich dann keine ahnung wenn ich jetzt hier in diesem raum was auch immer ich kann nicht speichern boah junge dieses spiel macht mich wahnsinnig dann jetzt speichern nein sie speichern es gab sogar ein autosave gerade bei mir we've got a big problem did you see those guns back there i know they'll destroy the art before we can power up the engines unless you hoping for some sort of cosmic intervention no just simple ingenuity venro here used to repair fdl drives on private cruisers venro an e mp device it might work oh jetzt kann ich nichts mehr darin und die arke wird aus dem raum was ist mit dem raum ich werde weiter schauen ich werde weiter schauen die drüge und venro werden auf dem e mp Ah, das ist 11 Uhr. Wir müssen uns in Kontakt mit dem Radio. In der Zwischenzeit, wir haben ein Relic zu finden. Sam? Marken die Route zu den Archon. Es gibt keinen Grund. Das Spiel kann während einer Prioritätsmission nicht manuell gespeichert werden. Warum? 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 Frage ich einfach nur. Das ergibt auch keinen Sinn. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt, aber why? Alter, dieses Spiel ist so schlecht. Okay, komm, tschüss. So, das war das Film für heute. Macht die Scheiße aus. Halt echt. Jesus Christ. Hier übrigens, guck mal. Ist das nicht schön? Oh, es kommt schon die Musik. Erstmal Crazy Call Musik im Massweck. Let's Play, geil. So, ähm, tschüss.